Es kam jetzt längere Zeit kein Drachenlord mehr, weil ich keine Lust hatte. Dafür habe ich euch heute Gesichtskirmes gegeben. Cool! Ich habe mir nämlich für die meiste Zeit der Videos ziemlich viel Mühe gegeben. Aber das ist auf Dauer auch immer mit langweilig. Viel Spaß! Zum Schmunzeln dringend. Irgendwie funktioniert das nicht. Das habe ich irgendwie versorgt. Atmen! Was ich kann! Wenn ich mich verteidige, dann wehre ich mich. Angreife. Angriff. Verteidigung. Meine Videos sind nicht perfekt. Meine Videos sind dörtergleich. Wenn ihr im Glashaus sitzen solltet ihr nicht mit Steinen werfen. Kommt mich gar nicht so gut an der Doppler an. Heil mich! Over 9000 oder was? Over 9000! Aber das klinge wieder arrogant. Greifen mich körperlich an. Wenn das keine Kraft kostet! Bis jetzige Arbeit war ich etwa dreieinhalb Stunden unsissen. Jetzt kann ich mich entspannen zu arbeiten. Aber gut, es ist nun mal so. Die Dauer. Die Dauer. Die Dauer. Die Dauer. Vielen Dank.